Moin moin meine lieben Steam Deck-Mon da draußen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf Steam Deck Checker, ich bin's euer Fabian und momentan gibt es ganz ganz heiße Gerüchte über neue Hardware von Valve und darüber sprechen wir heute mal. In den letzten Tagen sind ein paar Sachen im Netz aufgetaucht, wie wirklich glauben lassen, es kommt bald neue Hardware von Valve. Zum Beispiel hat ein User auf Twitter, oder jetzt heißt es halt X, etwas veröffentlicht und zwar ein Auszug von der RRA, das ist die koreanische Qualifizierungsbehörde für Rundfunk und Kommunikation. Hoffentlich habe ich das jetzt aus dem Kopf richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall geht es darum, dort müssen Geräte zertifiziert werden, wenn sie dort verkauft werden sollen, um halt wegen dem Funkbetrieb und so weiter. Und da hat Valve ein Gerät eingereicht mit der Kennzahl am Ende der 1030 und letzten Endes besagt diese Zertifizierung, es ist ein energiesparendes Gerät mit WiFi-Funktion. Das Interessante ist, die Valve Index wurde damals mit dem Code 1007 von dieser Behörde verifiziert oder verifiziert, zertifiziert und das Steam Deck mit der 1010. So, 1030. Hm, könnte jetzt spannend werden, aber es gibt ja auch noch andere Infos. Zum Beispiel, unter anderem ist ein Linux-Entwickler aufgefallen, dass in den Linux-Code für den Kerne neue Bezeichnungen von Valve eingeführt wurden. Der SOC, also der System on the Ship in Steam Deck, heißt ja Elf. Irgendwie so ein Final Fantasy-Name. Ich stecke da nicht ganz so drinnen. Und die haben unter anderem jetzt eine neue APU oder SOC, keine Ahnung, dort eingebracht. Die nennt sich Zipi-Wath. Zipi-Wath. Auch Final Fantasy-Schurke, das weiß ich wenigstens. So, das heißt, auch da ist was Neues unterwegs und das macht das jetzt ganz spannend, wenn man jetzt mal beide Vorgänge betrachtet. Zum Beispiel, für die Zertifizierung in Korea bedarf es nicht nur einen Prototypen, also man muss nicht unbedingt zwingend Prototypen verifizieren, äh, zertifizieren. Ich verwechsel es immer, bei Profi benutze ich sehr viel das Wort verifizieren. Sondern ab einer gewissen Menge muss man das dort machen. Also sie planen da schon mehrere Geräte zu verkaufen, einzufüllen in den Markt, je nachdem. So, und das könnte jetzt natürlich Folgendes sein. Einerseits könnte es natürlich eine neue VR-Brille sein. Von Valve, zum Beispiel mit eigener Hardware auf SteamOS-Basis zum Beispiel. Und hätte dann vielleicht diese APU Zipi-Wath. Es ist vielleicht ein Upgrade von Steam Deck, vielleicht kein nirgelnarer neues Steam Deck, also irgendwie ein neues Gehäuse, besseres Display, sondern einfach nur das Basis-Steam Deck mit einer stärkeren APU. Bisschen mehr Akku vielleicht, man weiß es nicht. Oder kompletten Steam Deck 2. Oder eine Steam Machine. Oder es könnte natürlich auch gut so gut ein Controller sein. Man weiß es momentan nicht. Aber man kann schon festhalten eigentlich, die Zeichen sind relativ deutlich, dass da was Neues von Valve kommt. Und das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen definitiv im Auge behalten. Ich werde da jetzt versuchen, immer zeitnah, sobald ich da was mitbekomme, euch es wissen zu lassen, liebe Freunde. Also, schreibt mir mal in die Kommentare. Übrigens, unten findet ihr auch die Links zu den Quellen jeweils. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, was uns da von Valve erwarten könnte. Ich bin ganz gespannt. Möchte mich eigentlich nicht den Rätselraten anschließen. Oder meine Meinung sagen, das wird ein Steam Deck 2. Man weiß es nicht. Wir werden es im Auge behalten. Wir werden es früher oder später sowieso erfahren. Also, lasst uns alle gemeinsam gespannt sein. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ansonsten kann ich nur sagen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab. Unter Deck.